Tja, jetzt komme ich bei ihm raus. Wenn ich da jetzt runterspringe, dann bin ich genau da, wo er steht, wahrscheinlich. Hier, geht auf Magie. Hä, kein Phantom da, was man zurückschicken kann? Ich kann ihn nicht rauskicken und dafür hatte ich den überhaupt nur drin. Hä, der hat keinen Schaden gekriegt, was ist denn das? Ah, ich sterbe. Ja. Ich bin nicht tot. Kein Phantom da, um uns zurückzuschicken, verstehe ich nicht. Oh, jetzt lässt er mir die Brücke offen, damit ich rübergehen kann. Oh, ich hasse. Alter, der hat ein riesengroßes, brennendes Schwert in der Hand. Er hat aber so gut wie keinen Schaden gerade gemacht. Alter, jetzt aber, weil er mich volle Kanne in den Rücken getroffen hatte. Lol, wieso kann der nochmal? Ey, was hat das Ding von einer Reichweite? Aber bestimmt hat er diese Attacke gemacht. Jetzt bin ich tot. Nein! Jetzt muss ich ja wieder Menschlichkeit nehmen. So ein Arsch. Den hätte ich schaffen können. Vor allem, ich habe ihn, als er auf mich zugelaufen kam mit dem Schwert, habe ich ihn zweimal beschossen. Habe ungefähr 100 Schaden gemacht mit dem Bogen. Und vorher hatte ich ihn einmal mit meiner Waffe getroffen, was 260 Schaden gemacht hatte. Aber das kam sehr verzögert an, irgendwie, der Schaden. Also, da war schon ein paar Ping-Probleme, glaube ich gerade. Jetzt wusste ich ja nicht. Aber als ich es gesagt habe, bin ich ja auch schon weggelaufen. Dann habe ich es zu dir gesagt, aber du bist leider nicht mehr weggekommen. Ich habe es schon gesehen, ich war im Inventar. Ach so. Ach, du liegst hier vorne. Ach, sehr schön. Ja, vor allem, ich hatte ihn wirklich auf ein drittel Leben schon runter. Ja, da habe ich jetzt ein Feuer gemacht. Oh, äh. Oh, äh. Ich war das. Also, ich mache Schaden. Ich wollte eigentlich den Dings angreifen. Oh, ich treffe ihn nicht. Der Totenmischhörer ist gar nicht da, oder gibt es den immer nur einmal? Ja, genau. Ach so, der ist nur einmal noch. Ach so. Darum. Ja, das ist dann damit wenig. Eigentlich könnte man doch hier gleich runterspringen und zum Feuer gehen, ja. Ja, später. Aber noch sind Schaden da. Ja, ja, aber man kann gut springen und eigentlich dann gleich da landen. 218 Schaden. Aua. Krummsäbel. Habe ich vorhin auch. Am Anfang habe ich immer 100 bekommen und jetzt kriege ich 121. Kann es sein, dass du wenig Schaden machst? Schade, ich habe deinen Schaden nicht gesehen. Schade, dass ich deinen Schaden nicht sehe. Hoch, ich bin falsch runtergesprungen. Mehr als 200, das war aber nicht viel. Ich mache 380 fast. Voll in die Falle reingelaufen. Also ich gehe jetzt in die Höhle da vorne wieder rein. Mach doch mal vor. Ja, ich wollte noch mal eine Leiche einsammeln. Waren zwar nur 12.000 schätzungsweise. Ach so, ja stimmt. Aua. Ah nö, der hat sich nur ganz schwul vorbeigeschlängelt. Ja, ja. Helfen deine heiligen Waffen nicht mehr oder was? Ich habe noch 3 im Nacken. Boah, du musst gleich auch alle 3 holen. Ich habe auch alle 3 schon umgehauen gehabt. Oh, hinter mir. Oh. 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 Ja, ich habe einen Trank getrunken. Heil Zauber. Heil Trank. Hammer. Jetzt habe ich deinen Schaden gesehen. Ich weiß nicht, warum ich den manchmal sehe und manchmal nicht. Der Heilenschaden, ne? Weil die Heilige Waffen sind nicht nach den Schaden. Juten war der Totenbeschwerber auch nicht. Ich finde das voll mies, ja. Was hätte ich denn jetzt gemacht, wenn ich alleine gewesen wäre? Ohne Heilige Waffen bist du da voll im Arsch. Also nicht weiter runter, wenn du brauchst. Da oben, ja, aber da komme ich nicht ran. Der Hebel, ja. Achso, ich dachte, du meinst da oben dieses Item. Ich habe plötzlich wieder zwei Menschlichkeit bekommen. Ja. Und du? Oben von der Brücke jetzt runterspringen? Oder ist hier irgendwas aufgegangen? Ach, hier vorne. Da habe ich eben noch gegen geschlagen. Wo lang? Ich würde mal noch lang, wenn das so... ... und dann kann ich halt ein Geheimdienst. Auf den Weg. Ich will, das kann ich ja nicht, dass wir das strecken. Das ist normal, weil ich nicht langscht. Stimmt, da ist ne Höhle. Ich warte mal ab, wenn wir... ... das Ding gedreht haben, dann gibt's ja... ... dann kommen wir ja Richtung Boss. Und... ... naja, oder zumindest zur Nebelwand. Hier steht auch wieder scheinbare Wand. Ha, hier ist ne scheinbare Wand. Ja, direkt bei der Falter. Das ist, glaube ich, der Ausgang. Und hier ist ein Lagerfeuer. Ja, das ist ja gar nicht so weit weg. Da kann ich ja einfach mal hinrushen. Siehst du, nicht jeder labert unfug, wenn er da scheinbare Wand hinschreibt. Na ja, wahrscheinlich ist er darauf, ähm, konzipiert. Vielleicht macht er das mit Absicht so. Ich mach das mal, ja. Da ist was, sagst du? Also, ich muss nach rechts springen, ja. Nicht nach... Ach so, jetzt bin ich hier bei dem Typen, den ich unten gesehen hab. Ne Großsense hat er. Jetzt könnte man entweder wieder runterspringen, beziehungsweise ist hier wieder so ein Raum, wo man wahrscheinlich in irgendein Ding reinspringen kann. Ich wär jetzt wieder auf das andere draufgegangen. Ist hier noch was? Waren wir hier schon mal? Ah, jetzt hab ich Schädeltrauma. Oh! Ach, das warst du. Ist das hier alles noch Geheimgang, ja? Hier unten ist noch so ein Dingstyp. So ein Wächter. In der Kathedrale. Mit so einer riesen, helle Bade. Ja. Nicht gut? Raus wieder? Da? Sag, wo soll man hin? Ich weiß es ja nicht. Falls du gerade sprichst, ich höre nichts. Hier geht es normal weiter. Ah, okay. Und ist jetzt hier draußen noch was, was ich mir holen soll? Ja. Ich habe eine Wand eingetreten, hier steht Schatz, aber... Irgendwie habe ich das Gefühl... Irgendwie habe ich das Gefühl... Hä? Schießt ihr wer auf mich oder habe ich hier ein... Hier ist die Nebelwand. Ist das die von oben? Herr cooler Typ? Ich bin das. Ich bin das. Ich töte den... Ja, das meinte ich ja. Ist das die Nebelwand, wo wir zum Eingang kommen? Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Vielen Dank.